Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Viel Brab Der weiße Quanz wieder Ich brauche neue Waffe Da fährt der einfach in mich rein Ja Du bist in mich reingefahren Ja, also Ich habe es aufgenommen Das heißt nicht, dass du automatisch im Recht bist Doch Gewand ist es in mich reingefahren Haha Mir fehlt der Fall Das ist der Konste vom Motorrad Profile 2 So mein Kippe Wir haben dich jetzt gerade alle nicht gehört Ich habe gerade mein Profil von der Links gewechselt Mit einer Tastatur Toll Du brauchst Waffen Ja Wir haben sie noch das Mal verschossen Kann ich mich nicht dran Ey Hoppla Da Erstmal Rüstung Da Nein, ich will nichts kaufen Du musst 75 Euro für Dings bezahlen Was? Außer wir sind auf Zapp gekommen Äh Für Geld für 4 Millionen Das ist gut für Familien Das ist gut für Familien Cool Eine Scheunerei Ja, wir hatten Glück Ja So sagen Und auch live in der Aufnahme gesehen Wir hacken nicht Du konntest ihn Ja, ja alles ob Oh ich muss noch das Fetter Das ist Fetter Okay schon Nein Oh Ich dachte gerade alle hätten wieder das Spiel verlassen Ich habe meine coole Westen Der Wichser Okay Wir haben einen neuen Krieg Konsti Schon wieder Ja Wir haben einen neuen Krieg Ich habe mich noch nicht am letzten erholt Ich tut jetzt jeden der mir entgegenkommt Wenn ich mich Ja Ich habe keine Rüstung mehr Hast du einen Insurgeon schon gehooft? Gerade dabei Ah, Moment Ich habe gerade beinahe auf die Geschosse Einfach weil du sagst wie der Typ Ich wette aber das ist ein Hacker Ein normaler Insurgeon Dann den anderen Was steht da? So Der Pegasus Ich habe Cops Das ist da anrufen Ich gehe raus und dann plötzlich höre ich Ich ziehe mir das von meiner Panzerung an Du hast einen Vorteil Du hast Du hast nichts verloren Wo hast du das getan? Ja, ja, ich bin schon mal dran Hey, da Was kann ich dir helfen? Weil der Typ da war konnte ich das nicht Okay Okay Lass es mit dem creepy Uncle Lester Hm Geh weiter Ich hol mich dann ab Ich kümmere mich um sein Motorrad Ich muss nur 1,4 Kilometer fahren zu dir scheiße So eine scheiße Äh Oh, das ist jetzt ein Startsfeind Ich mache das Mal wieder Mal wieder Mal wieder Mal wieder Wir haben keinen Fall Ich komme Ich komme Ich komme I'm on my way Halte durch Weißt, kaum kommen wir ins Game, stimmt sowas, weißt? Denen muss man einfach eine gute Lektion erteilen. Man spielt nicht mit uns, wir spielen mit denen. Na. Ja, der wurde gerade abgeschossen. Lauf dir entgegen, bitte überfahr mich nicht. Nein, ich verspreche es. Gibt Stoff. Jo. Du, ich geh erstmal rein. Ich muss noch was essen. Ja. Einen Stress. Ne, ich... Okay. So ist der Typ. Der ist nicht mehr. So, ein roter Spack. Sag's mir, wenn ich rein muss. Hö. Nicht bis letztem. Drei Male. Was war das? Davon habe ich nur zwei überlebt. Oh, ich bin schon bester. So wie der Typ war. Oh, aber das ist leer. Zeig mal, wenn ich nicht mehr auf die Cops schießen soll. Am besten jetzt. So. Suchen wir den mal. Wo ist er denn? Da komme ich auf uns zu. Das ist er glaube ich drin. Ja. Die zwei sind es. Die auf uns zukommen. Lass mich nicht so bewegen. Treff die sonst nicht. Die rollen. Sind die tot? Ja. Da habe ich den. Wo ist der Titel? Wo ist der Titel? Wo ist der Titel weggeschossen? Ja, der Typ ist ein Hacker. Der Hock jetzt bei mir drin. Ach so. Alles klar. Also der ist Zenio. Heißt der. Der Hock jetzt bei mir drin. Ja, das war aber nicht getötet. Der ist Zenio, oder? Ne. Aber der ist ein Hacker. Der Hock jetzt hier drin. Das ist wie. Das ist jetzt dieselbe Fall wie du. Äh, fast. Wahrscheinlich ein Ami, der du das weißt. Ob du sie ja hatte. Mauer. Ich danke dir. Ja, ich dachte nicht, dass es uns überschlägt. Sorry. Einfach den Typ an meinem Geh töten. Was? Aber es hat mir kaum Rüstung abgezogen. Warte, geh mal rein. Nein. Oder doch, 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 fast. Du hast die Klappe oben weggemacht. Was? Doll. Hast du es gesehen? Nein. Ich hab's doch nicht aufgenommen. Der Typ. Weil der drin ist, bin ich gerade ein Stückchen geflogen. Also wirklich geflogen mit dem Auto. Ich will, dass du stoppst oder so. Oder? Der ist da. Unfuhr. Der kann, Leute, kann das steuern. Steuert das gerade? Ja, ich mach gerade nichts. Fahr. Ok, jetzt bin ich wieder. Jetzt mach ich nichts. Da, der... Ich mach nichts. Ich mach nichts. Ich glaub, der hat... Also wir kennen die Leute nicht. Also wir kennen die Leute nicht. Der hat schlechte Hacks. Jetzt... Ziffix, was macht der denn? Hilfe! Mama! Hacker an Bord. Hacker an Bord. Boah, wäre ich da jetzt drin gehockt. Sein Surgeon ist ein bisschen kaputt. Es haut sich bestimmt raus. Ne, der beschleunigt mich immer so brutal schnell. Alter. 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 Der will uns umbringen. Der fliegt hoch und uns in den Boden rein. Der will uns nicht mehr stehen. Der will sich umbringen. Ich hab mich jetzt nicht ans Geschütz setzen. Aus gutem Grund. Ja, ich weiß. Ich bleib nur stehen, dass der halt... abhaut oder so. Jetzt kannst du wieder fahren, glaub ich. Joker. Nein, nein, nein. Mach das Radio aus, bitte. Da ist einer, Konsti. So abknallen. Du bist tot. Achtung, rein, 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 rein. Oh, ich hab's überlebt. Was zum... Ich glaub der will mich raus haben. Was zum... Oh Gott. Ich versuch's zu landen, Moment. Jetzt Radio angemacht. Ausmachen, ausmachen, ausmachen. Ich hab's gelandet. Ausmachen, das hat mir die ganze Rüstung gezogen. Ausmachen. Pfff. Alter, was will der denn? Schreib den mal. Der hat dir auch nicht geantwortet. Den hier Joker heißt der. Nee, der hat dir nicht geantwortet, doch. Echt? Hm, okay. Doch, jetzt. Gut. Geschreib zumindest. Bist du das oder er? Ich hab nicht geschrieben mit... Achso, das bin grad ich. Nein, das bin grad ich. Ja, ja. Das bin grad ich. Das wissen wir, wir fahren besser als Hacker. Okay, der Typ macht Pause. Was macht der jetzt? Schafft der seine Hacks weg? Du auch. Wo ist das Auto hin? Das ist grad bei mir weggebugged. Bei mir auch. Das ist, wenn man mit Hackern fährt, glaub ich. Nein! 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 Na, wir können nicht in den Lieferanten bleiben. Echt? Was macht das? Was macht das? Was macht das gar nicht? Ich muss wieder landen. Achso, fährst du jetzt? Ja, wenn ich fliege, kann ich's... Und? Okay. Ziehen wir mal noch meine Pistole. Da wollen meine ganzen Pistole mal gezogen. Seid assi, dass die diesen Fahrzeug zugeben können. Oh ja. Boah, aber man müsste so'n... So'n Mod entwickelt gehen, als wenn ein Hacker so drin ist. Und versucht bei dir irgendwas zu hacken, dass er instant stirbt. Bisschen Hacker. Oh oh, oh oh. No! Du kannst keine, wenn du hochfand. Ich bin das ja auch nicht. Ich meinte auch den Hacker. Boah. Boah. Das bist du jetzt wieder, oder? Ja. Handbremse... Handbremse... Alter. Du kannst keine Nades haben, oder so? Es kommt... No. Ich fahr jetzt in den Session ins Wasser. Ich zeig, der steuert dagegen. Wir mussten aber rechts reinfahren. Das ist nämlich noch zu gesagt. Ja. Oh. Wow. Voll. 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 Du hast ja schon den zweiten Teil vorgesehen. Nee. Du hast die Anstrengung drüber. Ja... Komm ich drüber, nice. LOL. Er hätte zwei Panzer gespawnt. Hehehe. We see you in hell, motherfucker. Ey, Konsti, dreh dich mal um. Egal, der kann eh nicht damit weiterfahren. Der kann jetzt auch umgehen, hast du gesagt. Wie steht an, es wird zerstört. Er kommt, er kommt, er kommt. Geh weg, kannst du. Chromfarbene Panzer. Leute, ich hab den Typ heute... ...searchen für die Fresse gehauen. Du hast mich abgeschossen. Aus Versehen, ja. Du hast mich abgeschossen. Wow, Just Cause wird noch voll interessant für dich. Der steht auf meinem Tank. Ich würde nicht auf dich schießen. Der geht doch auch in deinen Tank rein, oder? Was steht da nur drauf? Wenn man jetzt nicht auf eine Explosion in den Weg haut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin dabei. Fahr! Ich bin Staatsfeind. K-61 von unserer Crew. Oh, oh. Was denn? Wir haben einen Hacker-Bee-Bee gemacht. Das könnte schlimme Folgen für uns haben. Ich hab meinen Hacker-Bee-Bee gemacht. Der war immerhin... Ich wusste nicht, dass er stirbt. Ich dachte, der war auch so unsterblich. Denkst du nicht? Die meisten Hacker sind unsterblich. Oder täuscht ich mich da? Da ist nichts über die Stein-Ding-Spikes war. Da gehen die Panzer schnell ein kaputt. Okay. Hast du auch, Cops? Nein. Nein. Get out my way! Achtung! 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 Die arme Leute. Alter! Ich hab über dich drüber gezielt. Na doch, ich rauch jetzt. Ich rauch auch! Warum schießt du mich nochmal ab? Fuck! Du hast mich schon dreimal abgeschossen! Ach ja. Bist du mich gestorben? Ja, ich bin gestorben. Der Panzer brennt. Beide Panzer brennen. Okay. Okay. Kannst du dir welche Aufgabe haben wir jetzt? Erstmal die Folge beenden. So. Folge beenden. Okay. Okay. Ach ja. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Haut's rein! Was.? Wir sind in.